So, hallo, hallo, willkommen zum Let's Play von einem neuen Projekt, diesmal Deadpool, ein ziemlich verkrachter Comic-Held, dazu ist es natürlich ein Spiel, das soll ja recht geil sein, deswegen dachte ich mir, ich versuch's einfach auch mal und wir starten direkt rein in die Kampagne, traut es heim und wir spielen auf, Genetisch überlegen, willst du einfach nur töten und gewinnen, fehlt in diesem Modus, wenn wir nach Kampagne spielen neu sind, ja, na nicht ganz, aber, ne, wir wollen ja durchkommen, was, Domino und Deadpool kennen sich schon lange, schon seit den 90ern, wer ist denn das? Ja, 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 Ich kann, ich, ich meine, es war nur supposed to be that one time, und ich, also, einfach mal an, ich hab mich... Deadpool, es ist Peter Della Pena von Highmoon Studios, du kennst, der Mann, du kennst dich, als du mich in der Parking-Lot in der Nacht schnitzelte, Anyway, ich habe mir über Ihre Vorbereitung nicht verstanden, dass ich das nicht verstehe, aber die Antwort ist, nein, wir werden über Ihre große Spielidee gehen gehen, Was? Er hat gesagt, nein, das war unsere Chance, um in unserer eigenen Videoberegänge zu sein! Maybe we shouldn't have written the proposal in Crayon, relax, you know, he's gonna call back Oh, yeah, because of the Deadpool, hey, it's Peter, you know, Dickhead, remember when I called you earlier and told, you know, I'm such a joker, because I meant yes, of course The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today, genius, just genius So, sum it up, congratulations Let's make a video game See, once again our explosive personality wins the day High five No high fives, we're voices in our head I've got my top designers banging away on a script right now As soon as it's ready, we'll send it right over Script? I love it now, for God's sake, that's cool All the way This is bullshit A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am Amazing is more Spider-Man's thing, really Yeah, right, what's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface No one else sticks to any surface? A load of goo? Ooh, Spider-Man But does Spider-Man have a sweet-ass supercharged healing factor? No, but me? Some jackass gets lucky and tags me with a stray bullet? Whatever Freaky cellular regeneration for the wind, bitches And another big difference is, we kill the shit out of people Damn right Click Oh, it's a bit paranoid So a bit of a shit Hey, what's that? You guys track my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet And there's another one Oh, so it's gonna be one of those games, huh? Erkunde mein Apartment, okay Uh, für ein Niggerchen, na, dann drücken wir mal uh, für ein Niggerchen Hopefully, when we wake up, you'll be gone Ah, huh, 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 he's got a turn Erkunde mein Apartment, ne, 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 ne Our speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Are you kidding? NOO See, the thing is How is it? His name is Erkunde, is he Or what? I did I did I did Das ist ja mit Deadpools Kram gespielt. 1 von 14. Warum kleben wir zusammen? Ich bin nicht da. Nein, ich muss erst mal gucken, was hier abgeht. Was? Oh, für ein Anruf. Er mag Wolverine. Hey, was's up, buddy? We're making a game about me. Gotta have you do the video, man. See, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe we just make you, you know, maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody, like, forget the boobs. Let's just go for pecs. You know, pecs and biceps. Forget girl. Why don't you just contact my agent for the booking and we'll see what we can do. Ha, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in. Gotta take it. Good luck with the game, though. Die reingen sich geil aus, oder? Yeah, well, fuck you, Nolan. Hallo, Hund. Dein Karm. Ach, du Himmel. Drückleertasse, um eine Stinkwurst zu machen, oder B um eine? Nein. Oh nein, ich muss erst mal die Stinkbombe. Oh, ah, ja. There we go. Now we're talking. Das ist geil. Much more realistic. Fine. You asked for this. Hungers. Help! Oh, you gotta love the ones that make you sweat. Oh, ist das hart? Ist das hart, oder was? Das ist... Knaller. Keimer abtöten, ist gut. Ach, du Scheiße. Okay, also, ähm. Nein, ich möchte immer noch nicht rangehen. Ich muss erst mal hier alles ausprobieren. Weil ich so cool bin. Oh, das ist hart. Es ist so hart. Es ist so. Maybe you'll learn some. Ah, the news. Es ist wie looking through the want ads. Oh. Okay. Deadpool. Branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers. And drove him batshit crazy. Okay, jetzt haben wir schon mal so einen leichten Hintergrund. Einen leichten Hintergrund zu Deadpool. You think the player knows anything about us? They did by the game. To know us is to love us. Oh, Gott. Echt, das ist so geil. Das, das, ich weiß nicht, dass das was zu haben. Nein, ich möchte immer noch nicht die Tür aufmachen. Ist das dein Ernst? Oh, really? She always looks so surprised to see us. If this game had a shame meter, it'd be full right now. We're not gonna put our penis in that, are we? Was? Nein. Nein, wenn wir nicht. Nein, oh Gott, siehle. Oh Gott, siehle. Ist das Knoelle? Oh Gott, ist das Klischeehaft? Ist das Knoelle? Ist das Knoelle? Vulgar, combative, and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes, and yes. Oh, new Cispop-videos. Hey, Brynn. How do I update my status to erect? Another friend request for Brian? Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to Bored shitless? Nee, nee. Das ist, das ist so much. How about I show you one of my Deadpool-Comics? It's dead. Oh Gott, ist das Knoelle. Es ist so Knoelle. Es ist, ich weiß nicht. Das ist... Holy Gunpowder! Wow. Now this is what it's all about. Look at all this fine weaponry. Eis kalt, eis kalt. I'm starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Chill doch, Mensch. Ich bin hier immer noch voll am... Am rumgorken. Ich muss auch gucken, was hier alles ist. Nein, diese Tür ist total... Uninteressant. Wir gehen erstmal... Was stand da auf, Hühnchen? Für Hühnchenste... Nee, nee, nee. Wunder was in here. Gucken wir mal. Here we go. Der hat ein Apartment hier. I'm not really hungry, but alright. That's right. Now feed me, baby. Nice. I really didn't think this mask... Damn it. Yeah, tasted like a cheap outsourced prop. Let me guess. I just ate the leftover pizza from all that developer crutch time. Am I right? Ah, you last seconds, schmucks. Das ist... Was ist das? Was? Kuppenzang macht mich zum Trinken. Enough with the damn beer. Feeling factor won't let me get drunk anyway. Ach, du Arvenfors. Oh Gott, was ist das zu mir? Och Mensch. Uh, zum Kochen. Oh Gott, es ist so... Oh Gott, es ist einfach... Es ist einfach zu geil. Es ist... Es ist einfach... Einfach... Zu... Zu hart. Was ist eigentlich mit deinen übelsten Quietschenchen hier? Ne, okay. Stinkwurst wollen wir nicht nochmal machen. Da ist so dieses riesige Glied. Ja, ich komm doch schon. Chill doch. Es ist immer noch... Es ist einfach zu kaputt. Also, ich weiß nicht. Es ist... Es ist... Der Burner. Einfach nur. Okay, Gitarren haben wir an sich alle schon gemacht. Sein Hühnchen haben wir auch schon gemacht. Ich glaube, wir müssen dann langsam aber sicher mal loslegen. Wir kommen! Wir kommen! Äh, ich habe ein Package für Mr. Deadpool. Na, dann nehmen wir es doch. Hello, Sir. I have a Package... So do I. Yoink! Heh, Package! Shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 dee, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, Crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Hmm. Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Oh, ist das... Es ist... Es ist... Es ist so geil. So geil. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ne. Ah, a sewer. How quaint. Okay. Ah, does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Eh, player, read that shit. Do whatever High Moon says. Ha, sweet. Jump button. Wozu cool ist das, weiß ich auch nicht. Light attacks. Check. Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn so we can test our match skills. Oh, dude. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Oh, dude. Oh, dude. Kackle-Ele. So. Hot. Toi. Geil. Burner. Hast du schon mal mit B versucht? Was ist denn das? Was ist denn mit diesen... Beinen? Okay, B. Das ist aber scheiße, das B. Au! Wir haben nicht angegriffen, aber B. Aber das mit dem B, das muss ich umstellen. Das geht gar nicht. B, 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 B. Ich brauch irgendwas, ich glaub ich nehm F oder so. Fokus, das ist scheiße. B, B. Gibt's was mit Shift? Weil Shift wär dann eher so meins. Shift, können wir Shift nehmen? Shift. Shift? Gibt's hier ein Shift? Hier gibt's kein Shift. Ist das euer Ernst, hier gibt's kein Shift? Dann nehmen wir halt Alt. Ne? Nehmen wir halt Alt. Wenn Alt ein bisschen Penis ist, gut. Kriegen wir alles hin, kein Ding. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What do you have in mind? Besides you two schmucks? One crate, please? Was machst du da, Freund? Dein Ernst? Oh, das ist das. Oh, manchmal ist es die Arbeit der Befestigung, die wird alle Tuckern raus. Bounce House. Check. Boing! 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 So, es ist zu knüller. Ich kann das... Ah, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, wir müssen wirklich hier lang.